Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem komplett neuem Format, das zwar nicht oft auftaucht, aber hoffentlich für Spaß sorgt. Mit dabei natürlich wie immer unser Herr Dunkelschelm. Und bevor wir anfangen, kurze Info, was es ist. Es geht um die Battle Season. Die Battle Season heißt, wir spielen ein Spiel gegeneinander. Von zehn Möglichkeiten gespielt wird per Zugfahrtsgenerator 1 ausgesucht und das Spiel gegeneinander. Und der Verlierer hat eine Bestrafung zu erfüllen. Auf Dunkelschelm hat sich fünf Spiele ausgesucht, ich habe nur fünf ausgesucht. Und ja, die Bestrafung für die allererste Battle-Folge ist, und die weiß er noch gar nicht tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es spannend. Bei der nächsten Aufnahmesession, die wir beide haben, die über zwei Stunden dauert, darf der Verlierer nur auf den Namen Kackvogel reagieren. Ja, okay, wird bei mir ein bisschen, ja, ich reagiere eigentlich auf fast alles, wie man mich nennt. Richtig, also du darfst nur auf Kackvogel reagieren. Ist doch schön, oder? Ich meine, bei dir ist es ja nicht weiter tragisch, so, das ist ja dein Spitzname, aber... Ja, aber, ja, das ist die erste Bestrafung. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mein Webcam-Bild ein bisschen kleiner. Und, ähm... Oh, das wird die Zuschauer freuen. Fackio. Und wir gehen mal auf die Excel-Liste, auf der jetzt die Spiele stehen. Wie ihr hier sehen könnt, wir haben Trackmania Nations Forever, von mir ausgesucht. Halfstone ist von Dunkelschelm ausgesucht worden. Path of Exile, von mir. Smoking Guns, Dunkelschelm. Command & Conquer Red Allo 2, 3, mein Gott. Wieder ich. Eternal war von unserem Herrn Schelmchen. Blobby Volley ist von mir, Super Tux Karts, ich übrigens nicht kenne. Ist... Ich auch nicht. Wow, du wählst dein Spiel aus. Alter, äh, ist von Dunkelschelm. Little Fighter 2 ist von mir und Governor of Poker 3, von Dunkelschelm. Und, wie gesagt, wir werden jetzt über einen Zufallsgenerator, das werdet ihr auch gleich sehen, einzelne Spiele aussuchen. Das ist eigentlich ganz einfach, weil das hier ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Von den Nummern her. War gut, der hat die Zahlen da stehen, sonst hätte er ja nicht so weit zählen können. Die habe ich gerade erst hingeschrieben, tatsächlich. Egal. Ähm, jetzt gehen wir auf den Zufallsgenerator. Eine Zufallszahl, höchste Zahl ist die 10. Und wir generieren die jetzt, hoppala. Und zwar auf 3, 2, 1 und das ist Spiel Nummer 8. Spiel Nummer 8 ist Super Tux Karts. Das heißt, wir schneiden jetzt hier kurz und sehen euch dann gleich wieder bei Super Tux Karts. Bis gleich. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Herzlich Willkommen. Hier haben wir ja schon anmoderiert, egal. Jetzt sind wir im Spiel, mein Gott. Unglaublich. Wir können das Spiel leider noch nicht online spielen, weil das Spiel online nicht verfügbar ist. Ihr werdet aber beide Ansichten gleichzeitig sehen. Wenn es dann so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja, sonst schneide ich das halt so, dass ihr immer wieder beide seht. Ihr werdet also nichts verpassen. Wir spielen simultan Einzelspieler gegeneinander. Jeder darf sich ein Auto aussuchen, das er lustig ist. Welches nehme ich denn? Das sind halt alle echt Arschkacken langsam, ne? Ja, wobei das eigentlich fast reicht. Ich weiß, wen ich nehme. Wir spielen auf der höchsten freien Stufe, das ist Rennfahrer. Und zwar ein normales Rennen. Bist du soweit? Schon? Oder? Fast. Ich glaube, ich nehme wieder den Affen. Der sieht mir so ähnlich. Okay. So, die erste Strecke. Ich würde sagen, Olivers Mathe-Stunde hört sich doch geil an. Olivers Mathe-Stunde. Bist du auf drei? Bist du fertig? Ja. Wir haben acht Key-Gegner, sechs Runden. Läuft. Oder? Drei Gegner habe ich. Mach acht. Und sechs Runden. Ja. Acht Gegner, sechs Runden. Drei. Zwo. Eins. Eins. Go. Bei mir ist es, ich bin jetzt im Ladebootschirm. Ja, ich auch. Ich? Ich habe jetzt keinen Ton mehr. Wie immer halt. Ich bin jetzt, ähm. Ich bin auch im Spiel. Wunderbar. Auf die Plätze. Fertig. Go. Boah, ich hatte einen super Start gehabt. Ja, ich überhaupt nicht. Ich nicht? Oh Gott. Wie lenkt sich denn der? Irgendwie... Ja, ich bin angeschoben. Fuck, wo muss ich denn hier hin? Ja, ich bin angeschoben. Ja, ich bin angeschoben. Alter, Oliver, warte, ich mag Oliver nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ey, übrigens, wir spielen Best of Five. Und jeder der Oliver heißt, die Magier wird nicht mehr. Was bringen wir denn in den Bomben? Meine Kuchen sind Bomben. Nachher wollte ich doch gar nicht hinschießen. Ja, Kuchen sind Bomben, wenn du die auf jemanden schmeißt, der... Aua, ich habe einen mit der Fliegenplatz hier gekriegt. Ja. Was denn? Mein Problem ist, ich bin grad viel zu weit weg von den anderen. Ich komme gar nicht zu denen hin. Ja, das Problem kenne ich auch. Boah, die Strecke ist aber auch hart mit den vielen Kurven, ne? Ja, die hat... Aha. Hilfe. Und ich bin gegen die Abkürzung gefahren und nicht drüber. Jawohl, ich habe einen überholt. Ich bin nicht mehr der Letzte. Ja, super. Ja, wir machen Best of Five. Wir machen Best of Five mit den besten fünf, ähm... Ja, ho. Da hat jemand Bowling gespielt. Wer die besten... Im Durchschnitt die besten Plattierung hatte, der hat das Ding gewonnen. Von uns beiden. Und das ist dann die alte Kackbratze. Oh, ich hab... Ich hab's grad Saugpömpel, das ist ganz praktisch. Ja, hatte ich auch gerade. Ja, ich benutze die gerade, um mich schneller irgendwo ranzuziehen. Jetzt hab ich mal eben ein Turbo. Hä, wo fahr ich denn jetzt lang? Ach shit, ich bin Geisterfahrer. Ich hab grad Geisterfahrer gespielt. Das sollte man sein lassen, das kostet... Ich hab mich grad überrunden lassen. Ich hab ein Kaugummi gefunden. Ist ja widerlich. Man kann leider nicht nach hinten werfen. Das vermisse ich so ein bisschen. Ja, das hab ich auch schon. Sicherlich. Was ist denn eine Tür? Ach, kacke. Nee, ich hab drei Bomben gefunden. Falsche Richtung, Mama. Alter, ich verkack das gerade. Ich werd grad Letzter. Wie scheiße kann man sein, ne? Moment, bin ich dritter. Jawoll, dritter. Alter, der hat... Habt ihr das grad gesehen, Leute? Wie, bist du noch nicht fertig mit deiner ersten Runde? Nein, ich hab, äh... Ich wurde grad in der Luft abgebolzt. Ich hab das Rennen als Letzter beendet. Also, ich bin dritter mit 2,34, 92. Super. Das heißt, das dritter... Das müssen wir jetzt aufschreiben, irgendwie, ne? Ja, macht Sinn, ne? Kannst du das nur aufschreiben? Ähm, ähm, ähm... Nee, warte, ich mach's übers... 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 Übers Handy. Okay. Äh, du warst... Also, DS ist dunkelschön. Wow. Oh, ich bin Nintendo Dunkelschön. Nein. DS. Erste Station war 3, ne? Jep. Und SHD, also ich, war 8er. Ne, 9er. 9er. Gut. Was kannst du überhaupt? Ich hab grad außerdem das Licht weggemacht. Das tut mir leid, liebe Freunde. So, neues Rennen konfigurieren, oder wie machen wir? Neues Rennen ist konfigurieren. Wieder Rennfahrer. Ähm, ich würd' sagen, nochmal normales Rennen. Das war ganz witzig. Die nächste Strecke, Rinderfarm. Okay, du hast Rinderfarm ausgewählt. Wunderbar. 3 und 8 wieder? Ja. Ne, mach mal 4 und 8. 4 und 8. 4, 8. Ready? 4, 8. 3, 2, 1. Go! Und Lade. Das erste, das erhre ich auch. Das erste ist der leider voll gerockt, ne? Tja, da kann ich nix für. Du warst halt scheiße. Ja, stimmt. Go! Oh, sehr guter Start. Schnapp mir doch nicht das Geschenk von der Nase weg, du Arschkrampfe. Oh fuck. Windschatten. Der Windschatten hat mich gerade voll rausgebracht. Viele, viele Bananen. Ich bin momentan, ich weiß nicht, wo man die Platzierung sieht. Hat die mich in die Luft gesprägt, die alte Kackwurst? Unten rechts in diesem, äh... Achter. Toll. Also im Moment bin ich vierter. Ich war grad zweiter oder so. Jetzt klaut mir doch nicht die Teile immer. Ja, das weiß ich auch. Seid ihr scheiße oder so? Ich seh nichts mehr, ich hab so saugknöppel am Kopf. Was soll denn die Kacke? Jetzt hab ich einen Kremsschirm am Hintern. So, ja, hm. Du blöder Kackwurst, glauben wir doch nicht den scheiß Geschenk? Dem scheiß Geschenk? Das kriegt doch auch noch ein Basketball, wenn ich drüber. Was ist das hier verkehrt? Jawoll, ligen. So, einer ist weggepumpt. Jetzt bin ich erster. Ich bin zweiter. Erster. Nein, da kommt der Heuball. Ich bin plattgedrückt. Ich konnte ihm aufweichen. Ich nicht. Jetzt bin ich für da. Jetzt sprengt die alte Kackwurst. Kackwurst mich in die Luft. Und ich bin wie das Sept da. Übrigens, weil ich das nicht wissen, das ist so eine Hommage eigentlich an... Wow, ich hab grad zwei Leute gleichzeitig gesniped. Das ist doch geil, oder? Mit der Bombe. Das ist so eine Hommage eigentlich an, ja, Super Mario Kart. Ich hab grad ne Banane eingefangen und da hab ich jetzt noch einen Zeitzünder hinten drauf. Irgendwie, keine Ahnung. Oh, ich hab den Stern eingesammelt. War so ein Schutzschild quasi. Ach, kacke. Ha, ich hab einen mit der Bollingkugel abgeräumt. Ja. Gib. Och, komm schon, du böde Kackwurst. Ich wurde gerade abgerollt mit ner... mit ner Bombe. Äh, kratsch, auch eine Bollingkugel. Letzte Runde und ich hab wieder kein Geschenk in der Kurve hier. Jawoll, die gern. Kauke. Aber ichsmal halte ich mich um einiges besser als davor. Ich... diesmal krieg ich richtig in Sicht. Jetzt... Jetzt macht ihr das direkt vor meiner Nase. Und ich bin sechster in der letzten Runde. Ich hab ne Zeitbombe am Arsch. Hatte ich auch schon. Passiert aber nix. So, ähm... Ich fahr rückwärts. Ich bin rückwärts gefasst. Ich bin siebter. Du bist doof. Ist doch nicht wahr. Wie unfair ist das Spiel. Ich find's gut. Ich weiß gar nicht, was du für Probleme hast. Ich hab das Rennen als Fünfter beendet. Erster. Ich muss doch mal kurz Licht wegnehmen, Leute. Sorry. Ich kann doch nix nicht unterschreiben. Äh, neun. Fünf. Und du bist Erster? Ja. Oh nein, ich will die Kacke nicht verlieren. Neues Rennen konfigurieren. Shit aber auch. Wie liest du doch gleich? Na, noch nicht. Jetzt spielen wir Fußball. Fußball. Wir fördern den Ball, den gegnerischen Käfig an Punkte zu bekommen. Okidoki. Äh, Anzahl Tore bis zum Sieg. Das ist ja Bullshit, oder? Ja, das ist Bullshit. Ja, vor allem. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwie blaues Team ist. Ist hier ziemlich leer. Leer. So. Na, lass mal das mal. Hm. Hm. Ähm. Folge des Spitzenreiters. Ich hab was anderes. Drei-Treffer-Kampf. Triff die anderen mit Waffen, bis alle Leben verlieren. Das geht mit KI. Je nachdem, als ob du überlebst oder als wie vieler Stelle du rausfliegst bei 8 KI-Gegnern. Cool. Oder? Das macht Laune, ja. Und ich würde sagen, wir nehmen die Höhle X, oder? Ach, der Tempel sieht doch fast cooler aus, oder? Oh, dann nehmen wir den Tempel. Äh, 8 KI-Gegner. Ah, da geht nur 7. 7 KI-Gegner? Ja. Bereit? Äh, zufällige Kiesen-Standspositionen. Ist eigentlich fast lustig, oder? Ja. Mach mal an. Okay, ist an bei mir. Bei mir auch. Drei, zwei, eins, go. Jawoll. Und ab dafür. Bis jetzt voll... Ah, Mann, bis jetzt bist du echt voll an erster Stelle. Hm, es tut mir leid. Ja, hat die Klappe. Ich mag Funracer. Ich glaub, mein Spiel hat sich aufgehängt. Ach, kannst du auch. Keine Rückmeldung? Äh, nein, jetzt bin ich drin. Ich hab noch nichts. Äh, drück mal Escape und warte. Ich hab Start gedrückt. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm. Ich drück jetzt mal in die Mitte, mal sehen, was passiert. Ah, mein Bildschirm wird weiß. Hm. Ja, wär ja auch zu schön. Jetzt hab ich keinen Ton mehr. Wär ja auch zu schön, wenn... Oh, ich bin im Spiel. Ah, doch schon. Du kannst, du kannst. Oh, fein. Auf die Plätze. Fertig. Go. Ich hab Strafzeit bekommen, weil ich vorlos Gas gegeben hab. Echt jetzt? Was? Ja, kein Problem. Oh, ich bin erstmal in die Lava geflogen. Ja, nicht nur du. Das hab ich auch grad gemacht. Was heißt, du hast auch noch zwei Leben? Ja. Aber leider sehr unübersichtlich, die Map. Jetzt hab ich nur noch eins, weil ich gut gerade abgeschossen bin. Oh, Alter, ich bin grad fast abgeschossen worden. Und jetzt, ähm, bin ich nochmal in die Lava gefallen. Du bist raus? Ich bin raus. Du bist raus? Das war schnell, ja. Du bist wirklich raus? Ich bin wirklich raus, ja. Naki. Ich hab noch ein Leben. Ich bin Zipter. Hm. Dann hast du ja tatsächlich mal einen Punkt gemacht, ja? Wie viele Windpoints brauchten wir? Best of what, sagst du? Best of fun, aber... Und ich hab einen abgeräumt. Jawoll! Und mir haben die Leute grad spannendere Sachen zu sehen als bei dir. Ja. Schimmlich. Ich wollt's doch nur spannend machen. Hexley ist ausgeschieden. Ja, nee. Ich bin hier gerade so... Ist nicht wahr. Einmal gemütlich an einem Geschenk vorbeigefahren, so. Danach wollte ich dann einfach noch ein bisschen umdrehen, um dann wieder Richtung Geschenk und andere Leute hinzukommen. Und... Ja, äh... Bin leider... Ich hab den Sack nicht getroffen. Hau ab da, hau ab da! Boah, ich... Ich hau nicht ab. Ich bin inzwischen... Äh, sind fünf Leute schon... Äh, drei Leute sind bei mir schon tot. Ich hab... Das sind nur noch fünf übrig. Geh weg von mir, du alte Kackwurst. Ich hab ne Fliegenklatsche. Was, 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 was macht die... Elephant ist auch ausgestiegen. Jawoll! Musst du mal neben jemanden, äh, hinfahren, so und dann irgendwie... Keine Ahnung, ob du noch extra hauen musst oder... Ob der automatisch haut. Auf jeden Fall wird man dann kleiner. Ja. Sagen wir mal so, wir kämpfen grad mit zwei... Wir haben uns gegenseitig kaputt gemacht. Er hat da auch ne Fliegenklatsche. Wir haben uns gegenseitig gleichzeitig gekillt. Oh, nicht schlecht. Hahaha. Ich bin dritter. Ja. Ich 8er. Ich hab wieder Plätze gut gemacht. Ne? Ja, ja, ja. Ich hab bei mir eine 3 stehen. Und du eine 8. So, dann noch nen zweiten Dreitrefferkampf? Oder wie haben wir das? Äh, hat die dir Spaß gemacht? Äh, ne, der erste nicht. Deswegen würde ich ja gerne noch nen zweiten spielen. Können wir machen. Neues Rennen konfigurieren trotz einer Idee. Nehmen wir ne andere Strecke. Okay? Ja. Ups, das war der falsche Modus. Drei Dreitrefferkampf. Jetzt würde ich sagen... Ne, ne. Kampffinsel. Oder... Das Stadion. Finde ich, hört sich cool an. Das Stadion. 8 wieder. Gegenstand ist zufällig. Äh, ja. Ich drück schon mal jetzt auf Start, ne, weil... Oh, 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 ich bin im Spiel. Hm. Du auch schon? Nein, noch nicht. Jetzt. Okay, dann ist es wurscht, oder? Ja. Klau mir doch nicht die Scheiße von der Nase weg, du Kackwurst. Hier haben die ersten nur noch zwei Leben. Total geil. Oh, bei mir ruckelt es gerade. Es tut mir leid, Leute. Hm. Oh, wo geht denn das hier jetzt? Also, ich fahr hier mal geschickt im Kreis und hoffe, dass irgendwann mal... Ah, ich... Ich fahr hier an allen Geschenken grad vorbei. Ja, das kenn ich das. Das kann ich auch sehr gut. Und bei mir ist der erste schon ausgeschieden. Einer, wie kann man eigentlich an den Geschenken vorbeifahren? Es gibt es ja nicht. So, jetzt haben wir eine Bowlingkugel. Warum ruckelt das Spiel? Das weiß ich nicht. Alter, bin ich grad knapp an der anderen Bowlingkugel, die mir entgegengeschossen wurde, vorbeigefahren. Das habe ich auch gerade geschafft. Komisch, weil meistens... Äh, schaffe ich es denn gerade, bei sowas reinzufahren, oder? Oh, jetzt habe ich zwei Bowlingkugeln. So, ich hab ne Bombenkugel. Die sind voll cool. Ja. Boah, bin ich grad knapp an dem scheiner scheiß Banane vorbeigeflogen. Das kenn ich. Ich habe ihn nicht getroffen, es kann nicht sein. Düse, Drecksau. Ich fahr genau auf das Geschenk drin zu und genau ne... Nicht mal ne Sekunde bevor ich da war. Flug von der anderen Seite jemand. Wilber ist ausgeschieden. Wie viel sind bei dir noch schon ausgeschieden? Ähm, da müsste ich jetzt... Verdammt, ich hab grad mein erstes Leben. Hab ne Fliegenklatsche! Nein, der hatte ne Blase! Du blöde Kackwurst! Ich hab hier noch 6 Peoples. Ich hab nur noch 5. Der Modus ist bestimmt gegeneinander richtig witzig. Schon wieder so ein Arsch, der mir genau vor der Fresse das Paket wegschnappt. Und der nächste ist raus. Jetzt hab ich auch noch 5. Die sind alle hinter mir, das ist ein bisschen kacke. Erstmal 180 Grad Drehung gemacht. Und mit Nitro an den vorbei gedüst. Ich bin wieder am Geschenk vorbei gefahren. Wo sind denn die alle? Guck auf die Minimap. Ich bin zweiter und hab noch 3 Leben, der andere hat nur noch 1 Leben. Geil oder? Ja. Also für mich. Für dich nicht so, ne? Verdammt. Was denn? Ja, jetzt hab ich auch nur noch 1 Leben. Ich hab noch 3. Vorher hatte ich noch 2. Nein. Komm her, ich hab ne Fliegenklatsche, Junge. Ah, bleib doch stehen! Ich bin doch so scheiße im Fahren im Spiel. Meine Fliegenklatsche ist weg, kacke. So. Ja, die hab ich auch ständig. Die ist aber gar nicht so verkehrt. Geht so. Der Basketball ist besser. Hatte ich noch gar nicht. Du blöder Kackwurst, hast mich grad echt abgeschossen. Ja, ich? Nein. Ne, der andere. Würde ich nie tun. Oh lol. So, das letzte gegen den letzten. Ähm. Ich hab noch 2 Leben eher noch 1, aber ich treff die Sau nicht. Verdammt. Ich hab noch 1 Leben eher noch 1. Und ich hab jetzt auch grad mit der Bombe daneben geworfen. Ja, und einmal durch den Kaugummi. Schön. Ich auch. Ich hab grad einen Fliegenklatsche. Nein! So knapp! Oh oh. Und ich hab gewonnen. So. Ich auch. Nein! Was? Er hat ein extra Leben bekommen? Was? Der Sack hat ein Leben eingesammelt. Die rollen grad so 4 Reifen an mir vorbei. Nicht betrauen. Warte mal. Es gibt hier Leben zum einsammeln? Das ist mir auch noch nicht passiert. Der ist von 1 auf 2 hoch. Hm. Ja, ich hab gewonnen. Du auch? Ja. Ja. Ja, kann man das... Ja, muss ich dann nicht aufschreiben, ne? Neues Rennen. Das ist das letzte jetzt. Ja. Eierjagd. Du hast gewonnen. Außer du machst jetzt... Ne, wir machen jetzt noch mal Rennen. Normales Rennen. Normales Rennen. Und zwar auf vorsintflutlicher Abgrund. Das sieht niedlich aus, ja. Äh, Anzahl Runden 5. Und 8 Gegner. Okay. Ich kann nur noch gewinnen, wenn du Letzter und ich Erster wirst. Na dann mal. Viel Spaß. Rennen starten in 3, 2, 1, go. Und ab dafür. Oh Mann, ich will nicht verlieren. Dann wollen wir den Streis mal besiegen. Ich will nicht verlieren. Mimimimimi. Jetzt hat er sich sowas schönes einfallen lassen, um den kleinen dunklen Schelm dann mal abzuziehen und so weiter. Aber nein. Vor allem, das ist ein Seidenspiegel. Ich habe extra Spiele gewählt. Ich habe extra Spiele gewählt, in denen ich ihn aufs Mow geben kann, ne? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Go! Oh, was für ein Start. Vom letzten aufm achten. Ja, ich bin jetzt gerade vom ersten aufm achten. Nein, äh... Oh Gott, warte. Nein, 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 nein. Sekunde bitte. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, das habe ich nämlich auch gerade gemacht. Und zappe gerade in meiner Webcam rum, weil ich gerade Besuch in meinem Zimmer bekommen habe. Ah, dann baut sie wieder. Nein. 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 Wer ist das Herr Mutterchen? Ach so, Herr Mütterchen. Ach so, Herr Mütterchen. Denn, hallo. Alter, ich habe gerade so Ruckler hier leider. Äh, Saugnäppel. Ich glaube, da werde ich deine Aufnahme hernehmen. Gott, ist das grau. Weil ich hier leider voll die Ruckler habe. Ich bin Sechster momentan. Ich Achter. Das ist gut. Da gehörst du hin. Man kann irgendwie scheinbar doch nach unten oder hinten feuern. Äh, feuern. Hier kam gerade von vorne eine Bowlingkugel entgegen wie Roller. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Ich bin Siebter. Bei mir ruckelt das leider voll. Gerade. Ich weiß aber nicht warum. Ich schaff's die ganze Zeit ganz dezent an den Geschichten vorbei zu rödeln. Und... Ja, was heißt... Was heißt ruckeln? So die Strecke, die war aber zu komisch hier irgendwie. Ja. Bei dir auch? Ja. Das ist ganz komisch, oder? Da war ja wie an der Strecke zu liegen. Alter, ich wurde abgedriftet. Äh, jetzt habe ich eine Zeitform am Hinterteilchen. Ach komm, jetzt bin ich da runtergefallen. Echt. So ne Scheiße aber auch. Die Strecke gefällt mir nicht ganz so hier. Die ist ein bisschen nervig. Ja, die ist blöd. Okay, jetzt ruckelt es tatsächlich doch bei mir. Ne, das... Ne, warte mal. Die Zeit oben läuft nur mal weiter. Hm, komisch. Ja, bisschen strange die Strecke. Jo, der. Ich will jetzt keinen Wind schatten. Was ganz grausam ist, dass die Seiten streiten. So übels abbremsen hier. Ja, das ist übel. Das ist fies. Und... Hat mich schon ein oder andere Mal so ein... So ein Platzduell für dir lassen. Ja, das und äh... Zeitfeilig... Und ich fahr gegen meine eigene Bowlingkugel. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, oder? So, äh... Das kannst du, wa? Ich bin grad gegen meine eigene Bowlingkugel, die gestockt hat. Gegen die bin ich grad gefahren. Hero. Ah... Du, überholt mich nicht. Ich hab grad einen mit drei Saugnäften überholt. Zweiter. Geh weg. Und... Ich bin nur 8er. Ich krieg immer auch in die anderen Säcke nicht ran. Da hatte ich dann auch... Zweiter. Also irgendwie zwei Leute gleichzeitig nebeneinander ziehen in Fliegenklatsche. Ja, danach rennen jetzt zwei kleine Zwerge nebeneinander die Strecke entlang. Und äh... Halten dabei eine Fliegenklatsche in die Höhe. Ich hab auch grad ne Fliegenklatsche gezogen. Ich hab auch grad einen Gefliegenklatscht. Und den anderen schieb ich natürlich an und nochmal Gefliegenklatscht. Und ich hab nen Kaugummi. Welcher Platz bist du? Im Moment... Dritter. Zweiter. Ich bin Vierter. Wow, Alter. Jetzt Erster. Ich guck grad auf den Vierten rum. Verdammt. Jetzt Zweiter, jetzt Vierter, jetzt Fünfter. Ich merk schon. So, das ist echt... Das ist natürlich... Direkt vor Anfang der letzten Runde. Ja, ich bin noch ein bisschen weiter weg von Anfang der letzten Runde. Halte mich aber sehr gut auf dem dritten Platz gerade. Im Moment bin ich auch gerade auf dem dritten Platz. Ich bin Erster. Da hätt mich auch fast meine eigene Bowlingkugel erwischt. Und ich hab ne... Und ich hab die Luftblase bekommen. Also einmal... Einmal beschützt werden. Wie viel Glück kann ich haben, hä? Oder? Jep. Ah, jetzt wurde sie grade weggemacht. Diese scheiß Bowlingkugeln. Auf der Bahn kannst du das auch knicken hier mit dem Bowling, ne? Ja. Die kommen ja wieder. Hier. Macht... Da schießen die einen direkt vom Ziel dann nochmal weg. Nein, nicht direkt vom Ziel, aber... Welcher Platz? Moment, sieben. Sehr gut. Ähm, jetzt acht. Und... Ich bin Zweiter. Ja. Achter Platz. 8 zu 2, das dürfte dann ja nicht reichen, damit du gewonnen hast. Ähm, du, ich bin noch im Spiel. Oh. Wir zählen gleich nach. Boah, bin ich hier grade, ne? Gefesselt von dem Spiel. Ja, macht schon Spaß, irgendwie, ne? Und? Na, hier, ich bin Zweiter. Nee, erst mal den Kopfhörer vom Kopf werfen. Okay, das waren jetzt fünf Reden. Wir sehen uns gleich wieder, ähm... Im Ende einer Excel-Tabelle, wo wir die... Platzierung zusammenzählen. Bis gleich, meine Damen und Herren. So, jetzt zur Auswertung. Dann sind wir mal gespannt. Erstes Rennen 3, dann 1, 1, 8, 8. Ich hatte 9, 5, 3, 1, 3, 2. Das heißt, für Dunkelschirmen benutzen wir uns eine ganz einfache Formel. Wir machen nämlich... ...das da... ...plus das da... ...plus das da... ...plus das da... ...plus das da... Ich bin doof, ist egal. Nein, hoppala, das da. Das heißt, du hast insgesamt 21 Punkte. Ich habe insgesamt... ...esmon danach halt noch geteilt durch fünf, ne? Ist klar. Das plus das plus das plus das plus das... Letztendlich ist jetzt egal, ob du durch fünf oder nicht so... ...der mit den wenigeren Punkten gewinnst. Ich kriege einen Vogel, ich habe gewonnen. Wieso? Du hast 21 Punkte insgesamt, ne? Ja. Also das heißt, das hier geteilt durch fünf... ...sind 4,25. Ist egal. Richtig, ich habe 20. 20? Hm. 9 plus 5 plus 1... ...plus 3 plus 2 ist 20. Hm. Naja, gut. Letztendlich, äh... Eigentlich hatten wir ja aber auch gesagt, wir machen Best of Five. Von daher, äh, letztendlich... Naja, Best of... Wir haben ja dann gesagt, dass wir... Willst du jetzt unbedingt gewinnen, oder was? Ach, letztendlich ist es mir beinahe Wurst. So, äh... Ich hab 4, du hast 4,2. Ich hab echt gewonnen. Ich dachte... Ähm, ja, wie gesagt, so, äh... Wir schau... Ich schau jetzt nochmal in die Aufnahme, ob das alles so richtig ist, und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Wir sind gleich. Das kann nicht sein. Bis gleich. So, wir haben jetzt grad nochmal kurz durchgeguckt und tatsächlich stimmen diese Zahlen. Bis auf die beiden, die hab ich vertauscht aus Versehen, aber das ist egal. An sich stimmt das. Gut, wir haben Ergebnis leider nichts. Nein, du hast eine Gesamtplatzierung von 4,2. Ich hab 4, ich hätt's nicht gedacht. Ne, ich auch nicht. Ähm, ja. Das heißt... Juhuhu! Ich hab gewonnen! Ja, ich darf nur auf Kackvogel reagieren. Ja, in unserer nächsten Aufnahmesession, die mindestens 2 Stunden dauert. Ja, das kann ja nicht mehr so lange dauern, bis das mal losgeht. Ne. Oh, das freut mich jetzt! Jawoll! Ja, ach... Hauptsache ist ja, dass wir Spaß haben beim Spielen. Und ich fand das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nö, schlecht, also ich kann bestimmt nochmal öfter spielen. Gucken, wann das, äh, möglich ist, dass man online spielt. Aber auf jeden Fall sehen wir euch hoffentlich bei der nächsten Battleseason-Folge wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr es gerne liken. Dann wissen wir das. Und uns auch natürlich liebend gerne abonnieren. Dann wissen wir das auch, dass euch das gefallen hat. Ja. Hast du nur was zu sagen? Ähm, wo kriege ich denn hier jetzt... Moment mal kurz bitte. Was ist denn los? Äh, ich hatte hier gerade in der Task-Leiste nochmal irgendwie durchgeklickt und da war mein Loilo noch auf und ich hole das Ding hier hoch. Ich nehme immer noch auf, ne? Bitte? Ich nehme immer noch auf. Achso, immer noch. Super. Ja. Dann dreht weiter. Der quatscht mir hier auf jeden Fall dann plötzlich mit der Aufnahme, die ich gerade gemacht hatte dazwischen. So, und ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was du gesagt hattest und was du hier im Video gesagt hattest und irgendwie... Ich habe gesagt, du bist jetzt ein Kackvogel. Ich bin jetzt ein Kackvogel. Ja, das ist ja nichts Neues. Aber ja, das ist jetzt deine Bezeichnung für die nächste Aufnahmesession. Falls euch das Video... Ich sag's jetzt nochmal für den Dunkelstein, weil er in Penn-Mütze ist. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne gerne ein Like da. Dann wissen wir, dass es euch gefallen hat. Oder abonniert uns. Oder und abonniert uns am besten. Ähm, dann wissen wir das auch. Wir hoffen, wir sehen euch in der nächsten Battle-Season-Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi, Kowski. Ciao.